dass der Apostel Paulus hart gearbeitet hat, um das Evangelium zu verkünden und dass er dabei auch von vielen Menschen nicht gerade mit Respekt behandelt wurde, all das ist bekannt. Jetzt heißt es in Kolosser 1,24 Nun freue ich mich in den Leiden, die ich für euch leide und erfülle durch mein Fleisch, was an den Leiden Christi noch fehlt, für seinen Leib, das ist die Gemeinde. Das bedeutet also, Paulus sagt hier oder schreibt hier, dass er noch den Leiden Christi etwas hinzufügen muss, weil es noch nicht genug gewesen sei. Das ist zumindest die verdrehte Eisegese von Muslimen. In Wirklichkeit sehen wir, dass bereits die Erklärung hier mitgeliefert wurde, denn es ist die Gemeinde, die verfolgt wird und nicht der Sühne Tod Jesu. Es heißt ja, was an den Leiden Christi noch fehlt für seinen Leib, Das ist die Gemeinde. Was also noch fehlt? Nicht, dass die Leiden des Messias, wenn man zum Beispiel beim jüdischen Rabbi David Harald Stern in seinem Kommentar zum jüdischen Neuen Testament auf Seite 429 zu diesem Thema schreibt, Leiden des Messias. Damit sind entweder, wie in den jüdischen Überlieferungen, die Geburtswehen des Messias gemeint oder sein gegenwärtiges Leiden aufgrund der gegenwärtigen Unvollkommenheiten der messianischen Gemeinschaft, nicht aber sein Leiden im Tod, denn sein Sühnetod ist eine abgeschlossene Aufgabe und erfordert keine Vollendung. Wenn, dann sind es also die Mangel in der Gemeinde. Das, was Paulus in Kolosser 1,24 sagt, was an den Leiden Christi noch fehlt, für seinen Leib, das ist die Gemeinde, prophezeite Jesus in Johannes Kapitel 15, Vers 18 bis 19 bereits. Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wäret ihr von der Welt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Das ist also ganz klar das, was die Worte Jesu sind. Paulus erfüllte diese Worte Jesu, als er in Kolosser 1,24 sagte, was an den Leiden Christi noch fehlt für seinen Leib, das ist die Gemeinde. Johannes Kapitel 15, Vers 20. Denkt an das Wort, das ich euch gesagt habe. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Haben sie mein Wort gehalten, so werden sie eures auch halten. Das bedeutet, zum göttlichen Heilsplan gehört, dass Gott leidet, dass er als Mensch hier auf die Erde kommt und leidet für unsere Sünden. Dann gehört allerdings dazu, dass wir diese Botschaft nach außen tragen und verteidigen. Und dazu gehört dann eben leider auch, dass die Gläubigen, die dies verkünden, auch verfolgt werden. Das ist, was noch fehlt. Das ist die Gemeinde, die verfolgt und getötet wird. Johannes Kapitel 16, Vers 1 bis 3. Sie werden euch aus der Synagoge ausschließen. Es kommt sogar die Sünde, wo jeder, der euch tötet, meinen wird, Gott einen Dienst zu erweisen. Das bedeutet, und dann steht auch so, und dies werden sie euch antun, weil sie weder den Vater noch mich kennen. Das bedeutet, hier wird ganz klar gesagt, dass wir es nicht mit einer Situation zu tun haben, in der die Leiden Jesu nicht gereicht hätten und in der Paulus quasi noch nachleiden muss, um die Sühneleiden perfekt zu machen, sondern die Sühneleiden sind ein abgeschlossenes System. Der Heilsplan Gottes ist abgeschlossen, doch nun muss der Heilsplan Gottes in die ganze Welt durch die Apostel hinausgetragen werden. Der Auftrag an die Apostel, Matthäus 28, 19, dass allen Menschen und jeder Kreatur auf der gesamten Welt das Evangelium gepredigt werden muss, das gilt es jetzt noch umzusetzen. Und da hat uns der Herr Jesus Christus eben vorausgesagt, dass dies nicht immer leicht wird, da viele eben auch mit hartem Herzen quasi da sind und eben das auf unfruchtbaren Boden fällt, wenn man das Evangelium verkündet und dass dann quasi das verfolgt wird, dass man dann verfolgt wird. Dann aber zeigt sich, ob man ein wahrhaftiger Christ ist, denn dann soll man in Gott vertrauen, dass er zu einem steht und soll für die Sache Gottes sich einsetzen, egal wie hart es ist. Das meint Paulus damit und daran sieht man nicht nur, dass der Herr Jesus Christus bereits das prophezeit, was nun der Apostel Paulus erfüllt, sondern dass der Apostel Paulus ein treuer Diener Gottes gewesen ist, dem es nicht um seinen eigenen Reichtum geht, sondern dem es darum ging, um jeden Preis die Menschen in das Heilsgeschehen des Heilsplans Gottes einzuschließen. Das bedeutet, dass der Apostel Paulus seine harte Arbeit weiterverrichtet, obwohl, wie uns der Herr Jesus Christus angekündigt hat, Leiden auf ihn zukommen. Aber Paulus hat trotzdem seinen bewundernswerten Dienst aufrechterhalten. Somit hat Paulus selbstverständlich das erfüllt, was an Prophezeiungen durch Jesus Christus gekommen ist. Und somit ist Kolosser 1,24 sinnvoll in den Heilsplan Gottes eingeordnet.